Grüß dich, hier ist Sepp vom Berggasthof Nieding im schönen Brixen-Tal. Unser Gasthof liegt auf 500 Metern an der Sonnzeit von Brixen, mit einem wunderschönen Ausblick von Kirchberg, Brixen und Wieswestendorf. Wir liegen auch mitten in der Skiwälde im Gasthaus. Direkt hinter dem Haus ist die Jochbahn. Die Deutschland für die Jochbahn, mit der von Stauffich ins Mitten in die Skiwälde. Und 300 Meter weiter außen hat man unsere Landwirtschaft, was wir natürlich auch neu gebaut haben. Mit ca. 30 Stück Viech, 5 Schweine dazu, verwerten sämtliche Produkte bei der Landwirtschaft ins Gasthaus. Und da war eben am heutigen Tag auf der Karte die Rippe von unserer Landwirtschaft mit einem Ofenkartoffel dazu. Und danach einen schönen Nachts Niedinger Schnaps da. Gesundheit!